Ridley Scotts neuster Film Napoleon ist seit einigen Tagen in den Kinos draußen. Ich habe ihn endlich gesehen und jetzt gibt es mal eine spoilerfreie Review zu Napoleon. Was ich gut fand, was ich schlecht fand und meine Gedanken zu Ridley Scotts neusten Film gibt es in diesem Video. Fangen wir also direkt an. Historische Filme, große Schlachten und ein bildgewaltiges Epos. Das sind Sachen, die man bei Register Ridley Scott eigentlich immer erwarten kann. Sei es bei Gladiator, The Last Duel, Königreich des Himmels, Exodus, Götter und Könige und viele weitere Filme. Dieser Mann weiß eigentlich, was er tut und er kann auf jeden Fall bildgewaltige, epische Filme abliefern. Und Napoleon ist eigentlich genau das. Es ist zwar kein perfekter Film, unter den Schwächen komme ich definitiv gleich, aber es ist trotzdem ein bildgewaltiger, epischer Film. Napoleon hat Schlachtsequenzen, die habe ich glaube ich noch nie im Kino gesehen. Und was Regisseur Ridley Scott mit 85 Jahren noch auf der Leinwand bringen kann, ist einfach nur fantastisch. Also da will ich mal direkt damit beginnen, denn die Schlachtsequenzen sind definitiv mein Highlight. Also ganz ehrlich, was Ridley Scott da macht, ist richtig, richtig gut. Sei es die Schlachtsequenzen in Waterloo, Austerlitz, Toulon, die ganzen Sachen um die Französische Revolution und so weiter und so fort. Das ist einfach nur fantastisch inszeniert. Sehr wenig CGI, sehr viel echtes Zeug, also sehr viele echte Schauspieler, echte Drehorte, echte Kulissen. Und das macht das Ganze nur noch krasser im Jahr 2023, solche bildgewaltigen Schlachtsequenzen auf der großen Leinwand zu sehen. Und ich sage jetzt schon, alleine dafür lohnt es sich ins Kino zu gehen. Diese großen Kämpfe mit diesen großen Heeren und Armeen zu sehen, das auf der großen Leinwand im Kino, das lohnt sich definitiv. Schauspielerisch ist der Film auch noch sehr, sehr gut. Klar, die ganzen Nebenrollen sind jetzt nicht so stark, aber wir haben zumindest Joaquin Phoenix als Napoleon Bonaparte und Vanessa Kirby als seine große, turbulente Liebe Josephine. Und ich fande beide Schauspieler in ihren respektiven Rollen eigentlich sehr, sehr gut. Klar, es gab schon bessere Rollen für Joaquin Phoenix. Ich fand ihn jetzt nicht überragend gut, aber ich fand ihn trotzdem mehr als solide als Napoleon selbst. Aber Vanessa Kirby als Josephine hat mich, glaube ich, sogar noch mehr überrascht. Und sie fand ich eigentlich fantastisch. Ihre sehr komplizierte, turbulente Liebesgeschichte, ihre ganz große Ehe, Affäre, was auch immer, war definitiv einer der Hauptfokuspunkte dieses Films. Und wie das Ganze erzählt wurde, ist mal gut, mal schlecht. Denn es gibt, wie schon gesagt, fantastische Schlachtsequenzen, auch gutes Schauspiel und generell so die kleineren Sachen in diesem Film, sei es das Kostümdesign, der Soundtrack, die Kulissen, die fantastisch sind, by the way. Also man merkt, das wurde alles in echten Kulissen gedreht. Wenig, oder ich glaube sogar gar kein Greenscreen, keine Spezialeffekte. Wenn etwas in einem Schloss spielt, wurde das in einem Schloss gedreht. Wenn etwas auf einem Feld gedreht wurde, dann wurde es auf einem echten Feld irgendwo gedreht. Man merkt, das sind echte Kulissen. Und das ist einfach nur richtig authentisches, geiles Film machen. Und auch diese kleinen Aspekte funktionieren richtig, richtig gut. Aber zu meinem vorherigen Punkt zu dieser Liebesgeschichte, da gibt es ein großes Problem. Denn das größte Problem, was Ridley Scott's Napoleon hat, ist die Narrative selbst. Denn dieser Film dauert zwar zweieinhalb Stunden, was schon ziemlich lang ist. Aber die Geschichte, die er versucht zu erzählen, ist einfach zu groß, meiner Meinung nach. Es geht um Napoleon selbst, um seinen Aufstieg, um seinen Fall, um seine größten Meilensteine, seine größten Schlachten. Aber dann geht es auch noch um Napoleons Liebesgeschichte, um seine Ehe an der Affäre mit Josephine, die sehr kompliziert, unfassbar komplex ist. Und dann geht es um Napoleon selbst und um den Mann selbst. Es geht weiterhin noch um die Politik in Europa, um den Wiener Kongress, um die ganzen Allianzen zwischen Preußen, Österreich, Großbritannien, Russland und so weiter und so fort. Und es ist so verdammt viel Material, was man in zweieinhalb Stunden einfach nicht erzählen kann. Und deswegen arbeitet Regisseur Ridley Scott auch gerade an einem vierstündigen Regisseuren-Cut, an einem vierstündigen Directors-Cut für Apple TV+, wo das Ganze überhaupt noch zu streamen sein wird. Diese Kinofassung ist aber die gekürzte Version davon. Und ich finde, das merkt man. Denn der Film ist überhaupt nicht schlecht. Also ich fand ihn wirklich gut. Aber die Narrative und wie der ganze Film erzählt wird, ist einfach ein bisschen hektisch. Also es fühlt sich manchmal wirklich so an, als würde ich mir ein Best-of-Napoleon anschauen. Eine Best-of-Montage mit den besten Highlights von Napoleons Leben. Seine krassesten Schlachten, seine, ich sag mal, wichtigsten Meilensteine. Ein paar wichtige Aspekte persönlich, ein paar wichtige Aspekte bezüglich seiner Liebe zu Josephine. Aber das war's dann auch. Klar, die Schlachten sind fantastisch. Das Schauspiel in den intimen Momenten ist fantastisch. Aber es funktioniert einfach nicht so gut zusammen, weil die Narrative so zerschnitten ist. Jetzt, ich glaube, mit einer vierstündigen Fassung, oder vielleicht sogar einer dreistündigen Fassung, würde das Ganze ein bisschen besser funktionieren, weil der Film dann viel mehr Zeit hat zu atmen. Weil es ist einfach so zack, 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 Ende. So hat sich das für mich zumindest angefühlt. Ich habe zwar die zweieinhalb Stunden schon genossen. Und wie gesagt, ich fand die einzelnen Elemente eigentlich sehr, sehr stark. Aber zusammen ist das Gesamtkonstrukt etwas, ja, etwas wild hin- und hergeschnitten, etwas verschwommen. Und irgendwie ist es nicht so das, was ich erwartet habe. Ein anderer historischer Film, den wir dieses Jahr bekommen haben, war zum Beispiel Christopher Nolans Oppenheimer. Ich weiß, ein bisschen schwer zu vergleichen. Aber bei Oppenheimer war das zumindest so. Das war ein dreistündiger Film. Und in dem Film haben wir die wichtigsten Stationen von J. Robert Oppenheimers Leben gesehen. Aber trotzdem hat sich der Film genug Zeit genommen, um auch eine sehr tiefgründige Charakterstudie von Oppenheimer darzustellen. Und das habe ich eigentlich auch bei Napoleon erwartet. Aber irgendwie habe ich das nicht bekommen. Denn Napoleon Bonaparte ist eine so umstrittene, so komplexe Person in der echten Geschichte gewesen. Ich wollte eigentlich mehr davon sehen. Ich wollte mehr Psychologisches von Napoleon sehen. Ich wollte wirklich sehen, wieso Napoleon tickt, wie er tickt. Ich wollte seine Hintergründe, seine Kindheit, seine Beziehungen mit seiner Mutter oder mit seinem Bruder, was sehr wichtig ist, laut Historikern. Und ich wollte viel mehr in die Tiefe eingehen, in Napoleon Bonaparte selbst. Aber der Film hat einfach nicht genug Zeit dafür, wenn es dann um die Politik Europas, um die großen Schlachten, um die Liebe zu Josephine und, und, und geht. Deswegen, der Film hat einfach so viel Material, so viel Stoff, den er durcharbeiten muss, dass die zweieinhalb Stunden trotzdem leider nicht ausreichen. Wie schon gesagt, ich habe es genossen. Ich mochte die einzelnen Sequenzen. Aber das Gesamtkonstrukt ärgert mich ein kleines bisschen, weil ich einfach ein bisschen mehr von Napoleon erwartet habe. Der Film hat mir zwar viel Napoleon gegeben und was ich von Joaquin Phoenix als Napoleon gesehen habe, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Aber so einzelne Kärtermomente, die wollte ich halt ausführlicher sehen. Es werden ein paar Sachen angesprochen. Seine sehr problematische, turbulente Ehe zu Josephine ist auf jeden Fall der Fokus von diesem Film. Man sieht ein bisschen von seinem Ego-Problem. Und es werden definitiv verschiedene Sachen angerissen. Aber so richtig ins Detail, so eine richtige, tiefgründige Charakterstudie bekommen wir, zumindest bekomme ich, in diesem Fall leider nicht. Und das war eben meine Erwartung und die habe ich halt leider nicht so ganz bekommen. Ich bin zwar nicht zu Boden enttäuscht. Ich fand den Film trotzdem wahnsinnig gut eigentlich. Also überraschend gut, meiner Meinung nach. Aber so die tiefgründigen Charaktermomente mit Napoleon hatte ich einfach nicht. Und das fehlt mir. Vielleicht bekomme ich das in diesem vier Stunden langen Directors Cut, den es irgendwann auf Apple TV geben sollte. Ich glaube, das ist auch der bessere Napoleon-Film. Aber so die Kinofassung ist zwar ein solider Film, aber für mich leider kein perfekter. Insgesamt gebe ich Napoleon eine 7,5 von 10. Es ist wirklich ein sehenswerter Film und wirklich ein Film, der sich auf der großen Landwand lohnt. Und für mich als Geschichtsliebhaber, als Historien-Film-Liebhaber war das auf jeden Fall mein Geld wert. Und Hawking Phoenix und Vanessa Kirby waren schauspielerisch unfassbar gut. Der würde eine Oscar-Nominierung definitiv nicht schaden. Und wenn es um Kameraarbeit, Cinematografie und diese wunderbaren Schlachtsequenzen geht, dafür verdient Ridley Scott mit seinen 85 Jahren meinen größten Respekt. Also trotzdem, als Regisseur hat Ridley Scott sich weiterhin bewiesen. Was er kameratechnisch hier inszeniert, ist einfach nur genial. Und auch diese ganzen kleineren Sachen wie Kostümdesign, Soundtrack, Kulissen und so weiter und so fort sind unfassbar hochwertig. Und richtig schön zu sehen, dass es sowas noch im Jahre 2023 gibt. Aber die Gesamtnarrative ist einfach ein bisschen wild hin- und hergeschnitten. Und ein bisschen mehr Charaktertiefe von Napoleon, hätte ich mir schon gewünscht. Es ist definitiv kein perfekter Film, aber dennoch ein unfassbar bildgewaltiger und epischer Film, der Napoleon Bonaparte einigermaßen gerecht wird. Und das sind eben meine spoilerfreien Gedanken zu Ridley Scotts neuestem Film, Napoleon. Was haltet ihr von dem Film? Habt ihr ihn überhaupt schon gesehen? Habe ich euch motiviert, ihn jetzt im Kino anzuschauen oder nicht? Schreibt mir gerne eure Meinungen zu Napoleon gerne in die Kommentare. Das war's für dieses Mal. Macht's gut. Euer Superloki. Bis zum nächsten Mal und ciao.